Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe euch ja versprochen, viel Privatarbeit endlich vor meinen Schultern. Wir haben wieder Zeit für die interessanten Dinge, nämlich YouTube, Twitch, Videos und Themen. Und viele haben in den letzten Tagen, wo ich jetzt ja eher weniger Videos gemacht habe, oftmals geschrieben, weißt du was mit X-Defined ist? Wo ist das Game? Warum ist das nicht da? Und manche von euch sind auch ein bisschen dabei ausgerastet und haben schon gedacht, das kommt nicht mehr oder so. Und damit ihr einmal, bevor ich erzähle, was damit ist, was da passiert, warum das passiert und Lob ausspreche, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe ja in der ersten X-Defined Beta bereits meine Eindrücke dargelassen und habe ja gesagt, dieses Game hat mich in der Beta, mich, mich, okay, meine Meinung ist nicht allgemeingültig für alle auf der Welt. Mich hat dieses Game nicht so sehr abgeholt. Das heißt aaa nicht, dass ich darüber meckere. A, ich habe es bisher nicht gefühlt. Das ist doch meine Meinung. Lass mir die. B, kann ja sein, dass es im Full Game nachher anders ist. Glaube ich halt aktuell nicht. C, es ist eh for free. Das heißt, wenn es kommt, kann es jeder spielen, kann jeder testen. Und D, ihr dürft ein Like und ein Abo da lassen. Aha. Jetzt? Bitte. Und wenn ihr euch getan habt, Leute, ich habe Granatapfel drin. Beste Holy-Sorte. 10% Rabatt. Kein Zucker. Für Diabetiker perfekt. Ihr könnt die Eistee-Sorten nehmen. Weltklasse. Warum ist X-Defined noch nicht auf der Konsole oder auf dem PC oder auch was für ein Stück Metall oder Plastik oder Alu auch immer ihr spielt? Hoffentlich nicht auf einer Mikrowelle oder so. Da gibt es ein paar Infos und Details mit euch. Und zwar hat Mark Rubin, Pixels of Mark auf Twitter, einen Text geschrieben. Und das ist absolut krass. Und da kommen die Props raus. Die Transparenz, die ihr an den Tag legt, als Lead-Entwickler dieses Games, dieses Projektes, dieser Brand, dieser Idee, ist unfassbar und ist etwas, wovon sich 99% aller Gaming-Studios auf der Welt mit einer Scheibe oder vielleicht auch drei Scheiben abschneiden können. Das hier ist dieser Text von ihm. Und hier, ihr solltet ihm folgen, wenn ihr so Infos und sowas haben wollt, weil ihr werdet da wirklich gefüttert. Und hier hat er eben sich an die X-Defined-Fans und an die Leute, die darauf warten, gerichtet und hat im Prinzip gesagt, liebe Leute, hier ist ein Update für uns. Lasst uns doch mal offen kommunizieren. Wo ist das Game? Warum ist es noch nicht da? Was ist das Problem? Und da hat er eben noch ein Poster vorgemacht und hat erklärt, wie das überhaupt funktioniert. Also, wie kommt ein Game, was wir spielen, Call of Duty oder GTA oder irgendwelche Games, eigentlich auf so eine Konsole, also auf eine Playstation oder auf eine Xbox? Wie klappt das Ganze? Und das Ganze hat er in diesen beiden Posts, die ich euch auch ans Herz lege und unten auch verlinkt sind, weil ich cool bin und ihr auch euch hingesetzt, könnt ihr euch in Ruhe auch nochmal durchlesen. Und er sagt, das Ganze wird auf verschiedenen Ebenen natürlich, bevor so ein Produkt released wird, auf Bugs überprüft, auf Fehler, auf Programmfehler, Spielfehler. Das eine sind die Spielfehler, die den Spielfluss und das Spielprinzip beeinträchtigen können. Dafür sind natürlich Q&A, also Quality of Life Tester von den Entwicklern verantwortlich, die die Activision vor zwei Jahren rausgeworfen hat zum Großteil. Und dann gibt es aber auch gewisse Zulassungsphasen, die man eben als Game-Entwickler bei Sony, bei Xbox, also Microsoft durchlaufen muss. Und da gucken eben Software-Ingenieure und Mitarbeiter von Sony, Microsoft nicht so sehr auf Bugs, die das Game an und für sich beeinflussen. Das geht ihnen nichts an, sondern solche, ja wie soll ich sagen, Konsolen-Plattform-übergreifende Themen. Freundschaftsliste. Funktioniert in diesem Produkt, was wir haben, in diesem Game, die Freundschaftsliste? Funktioniert hier die Ingame-Währung? Funktioniert die Verlinkung zum Sony-Shop? Diese Dinge werden dort in verschiedenen Zulassungsphasen getestet. Und dann gibt es irgendwie deinen Daumen hoch, dann bist du in der Phase durch. Oder bei Sony, Microsoft sagt jemand zu euch, ne, guck mal hier, Freundschaftsliste geht nicht und dies geht nicht und das geht nicht. Wenn da was zurückkommt, dauert es eben wieder, bis man daran arbeiten kann, bis man es wieder approven kann, also wieder bestätigen lassen kann. Und genau das ist das, in welchem Prozess wir hier jetzt aktuell sind. Die haben schon eine erste Zulassungsphase mit X-Defined hinter sich. Die lief, er sagt ganz gut, da sind einige Sachen zurückgekommen, die sie ändern müssen. Die zweite haben sie dann jetzt begonnen, das war am 21. September, das ist jetzt heute, heute im Prinzip zuletzt. So, und das sind eben die ganzen Sachen, die er dann heute sozusagen dazu geschrieben hat. Und er sagt, diese ganze Zulassungsphase ist eben für plattformspezifische Services, Interaktionen. Und während, sagt er, das eben großer Fokus von denen war, ist es halt auch so, dass die natürlich zeitgleich auch die Game-internen Themen verbessern müssen, auf den fertigen Stand bringen müssen. So, und der erste Report, also der erste Bericht von dem ersten ist jetzt soweit abgearbeitet. Und jetzt sind sie sozusagen an Step 2 dran. Er selbst sagt, die hatten ursprünglich das Ziel, dass das Game Richtung Juli, August releasen soll. Er sagt, es tut uns persönlich auch leid, dass wir das nicht geschafft haben, aber er sagt, bevor wir das mit einigen Ausnahmen jetzt so durchhauen, wollen wir es lieber in einem wirklich besseren Zustand als das, und dann macht er so einen Quervergleich zu Call of Duty, was gerechtfertigt ist, für euch in einem besseren Zustand rausbringen. Und er sagt, ich gebe auch zu, wir waren, was unsere Erwartungen an uns selber angeht, deutlich aggressiver, als wir es hätten sein sollen. Aber er sagt, wir sind wirklich begeistert von dem Produkt, was wir euch hier vorstellen wollen. Und wir wollen, dass ihr es vom ersten Moment an in einem nicht perfekten Zustand, aber in einem so gut wie möglich ausgearbeiteten Zustand bekommt. Und das steht hier halt, und das ist eine unfassbare Transparenz von ihm und von dem Entwicklerteam, was man so nämlich gar nicht kennt. Und das Ganze geht eben hier weiter. Sondern sagt er auch, wo sind wir jetzt gerade? Und da sagt er, Ende Juli haben wir mit dem ganzen Prozess angefangen, haben die ersten Resultate Mitte August zurückbekommen. Wir haben dann realisiert, dass wir noch mehr nacharbeiten müssen, als das, was wir eigentlich gedacht haben. Also haben wir die letzten drei, vier Wochen nichts anderes getan, als eben an diesem Report, der zurückkam, gearbeitet, um das Ganze auf einen besseren Stand zu bekommen. Er sagt, aktuell schauen wir Richtung Mitte, Ende September als Release. Es gibt immer noch keinen festen Release-Zeitpunkt. Wir sind bei Ende September. Es wird, glaube ich, nicht in der nächsten Woche sein. Und er sagt, das wird aber nur sein, wenn wir einen Conditional Pass bekommen. Das heißt, Day-One-Patch ist immer so eine, wie soll ich das sagen, in der letzten Stufe kann Sony zu denen sagen, ihr dürft es jetzt auf die Plattform tun, aber, und dann kriegt ihr so fünf, sechs Sachen, die ihr noch ändern müsst. Und das Ganze funktioniert aber, während es eingespielt wird, auch über einen Day-One-Patch, auf den wir bei COD seit Jahren ja warten, wo dann nochmal grob viele wichtige Dinge geändert, verbessert werden. Und das Ganze beschreibt er hier unfassbar ausführlich. Er erklärte auch, warum sie eben kein genaues Datum nennen. Er sagt, natürlich hätten wir sagen können, zum 1.2.24 releasen wir. Er sagt, dann hätten wir richtig viel Zeit gehabt und wären entspannt gewesen. Aber er sagt, es wäre blöd, weil wir es dann nicht früher releasen können. Er sagt, wir wollen es so früh wie möglich haben, aber auch nur so früh wie nötig. Das heißt, die sind jetzt in dieser zweiten Zulassungsphase und ich gehe nach aktuellem Stand davon aus, dass wir mit einem realistischen Release von X-Defined auf den Plattformen, ist ja umsonst, Ende Oktober rechnen können. Das Problem bei dieser Timeline, die sie da aktuell haben, ist folgendes. Anfang November kommt das neue MW. Ob man es jetzt nun feiert oder nicht von Anfang an, es wird Millionen Spieler wieder anziehen, so wie jedes Jahr. In dem gleichen Zeitraum einen Konkurrenten zu veröffentlichen, hat in den letzten Jahren noch nie gegen COD funktioniert. Was also für mich bedeutet, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie entweder dringend versuchen, das so Mitte Oktober zu machen, vielleicht zum Zeitpunkt nach der MB3-Beta, die jetzt kommt, oder sie verzögern das doch noch ein bisschen Richtung Ende November, Anfang Dezember. Allerdings kollidiert man dann mit der Season 1. Das ist auch wieder so ein Moment, wo Hype ausgelöst wird. Das heißt, ein richtiges Datum kriegt ihr noch nicht. Ich kann euch die Twitter- oder X-Seite von Mark Rubin auf jeden Fall empfehlen. Sehr transparent. Er nimmt Zuschauer, er nimmt Spieler mit, er nimmt die Fanschein mit. Und wenn ihr mal guckt, wer dem folgt, das ist schon nicht ohne. Tom Henderson, Hanky, Kaiser, also gibt hier einige aus der Szene. Simon, der Lead-Entwickler hinter SM Square, was die Wichser von Activision ja geblockt haben. Also hier sind so ein paar bei, die dem folgen. Das kann für niemanden schlecht sein. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ich würde mir persönlich natürlich hoffen und auch für euch, dass dieses Game etwas wird, worauf wir alle wirklich Bock haben. Aber ich kann es halt nicht garantieren. Und ich kann auch nicht garantieren, dass ich Spaß daran haben werde. Das wird man sehen. Das wird man sehen. Und dann muss man eben entscheiden, wenn man es umsonst Gott sei Dank spielen konnte. Gibt also leider noch kein Datum. Ihr werdet euch noch ein bisschen gedulden müssen. Aber es wird nicht mehr lange sein. Und dann könnt ihr alle eure Hände komplett ranlegen mit all den Features, die versprochen worden sind. Ein paar Sachen klingen wirklich gut. Und natürlich hoffe ich, dass es ein Game wird, was einem wirklich Spaß machen kann. Aber man sollte halt immer bedenken, COD-Killer als Bezeichnung sollte man sich sparen. Leute, wenn es euch geholfen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und haut rein. Und jetzt lä書ig wenn du das Schümmer vor, oder? Jetzt auch mal sehe ich ein Aboller. Vielen Dank.